Einweltschneefall Einweltschneefall Starker Schneefall Starker Schneefall Die Welt wird weiß Hallo Segeza Ne, wir wollten denen eine Falle stellen Ja, Segezahn ist immer Nicht so toll Die Stolten, die die Sprengfalle wollte ich Weiß die? Seilwerfer Ach, der kann beides Schockdraht Sprengdraht Nicht gesehen Dann also auf die harte Tour Der hat mich gesehen Na gut, dann locken wir natürlich den Sprengdraht durch, wenn das geht Jawohl Und brauchen Feuer Genau Jetzt habe ich voll eine gelangt Weg, weg, weg Weg, weg Also, sag mal Warum hat das noch mit dem Sprengdraht nicht so funktioniert, wie ich das wollte Ja Ach Mist Wo sind die Lanzenhörner? Hm Keine Ahnung, wo die sind Hier unten Papris Papris Mhm Hm Na gut, Planänderung Na ja Bis auf den Sägezahn Na wo liegs der? Oh, da runtergestopzt Der hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht Ging das eigentlich hier? Ach immer Holz, ich brauche Heilung Das abspringen Das abspringen ist cool Und wir sammeln schon wieder Gut Dann machen wir noch gleich den anderen Teil Den zweiten Teil Wasser ne Ach so, das ist schon markiert Das nehme ich lieber mit Das nehme ich lieber mit Lass man dann da runterjumpen Oh Medizinbeute Na los Oh Wieder die Sonne Cool Cool Was ist da? Ein krasser Das ist ja schön Habe ich dich Ja und? Du machst doch auch gleich Du willst nicht bumm machen? Aha, okay Habe ich dich nicht richtig getroffen, hä? Habe ich dich nicht richtig getroffen, hä? Okay Okay, wo müssen wir lang? Immer da wo die Heilung ist Na das war gar keine Heilung Wo müssen wir lang Wo müssen wir lang? Da runter Da Da lang geht's Oh, die grün Bricht schon wieder die Nacht herein Gerade eben Gerade eben war morgen Alles Weiß ich nicht Sieht cool aus Unterdämmerung Das brauche ich vielleicht noch Ach, der Wächter Da hoch geht's Noch ein Wächter Toll Eine Schlucht Hinauf Da waren die Der schöne Lupin Die können mich immer wieder aufregen Hier geht's bestimmt nicht lang Hm Wo geht's denn lang? Wo geht's denn lang? Da hoch vielleicht? Ich glaube nicht, dass es hier hoch geht Mist Mist, Mist, Mist Also hier geht's scheinbar irgendwie nicht lang Hm Aber Da ist was Hä? Ach da oben Cool Suche, so wirst du finden Jawohl Eine Vorratskiste und Orn oder Du bist Orn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen Stimmt Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst Okay? Ich weiß, ich weiß, ich bin jung, nicht blöd Falls sie zurückkommen Aber Pass auf Abwärts ist der beste Teil Mhm Steige zum Wachtturm hinauf Steige zum Wachtturm hinauf Ja, steige zum Wachtturm hinauf Ja, steige zum Wachtturm hinauf Und kehre zu Sona zurück Ja, wahrscheinlich erst wenn ich zurück bin, dann kann ich hinaufsteigen Okay Oh ja Ah, hier kann ich mich abseilen Hier ist zu spät Da geht's noch weiter tiefer Ja, das lohne ich mir mal hier Was war da unten? Ah, schon wieder Ja Quaser Ja, Quaser, die nehm ich gerne Tucken Na? Ja, hat's mich selbst erwischt Na gut Na gut Haben wir einen Quaser erledigt Geht's auch da zurück? Ja Da gehen wir mal zurück Eigentlich wollte ich zuerst Teleportieren, aber Hm Hm Sind so gut zu Fuß Sind so gut zu Fuß Das nehm ich doch mit Die Heilung, die könnte eigentlich gleich in unserer Tasche nachwachsen Das wär... Das wär toll Okay Okay Okay, wir sind nicht mehr weit weg Wir sind nicht mehr weit weg Wir sind nicht mehr weit weg Oh, das klingt wieder nach dem See gezahnen Ein Lagerfeuer Ja Ist das das hier unten, wa? Ja, genau Da müssen wir wieder zurücklaufen Weil Mutterkrone Da drüben ist Da drüben ist Auf zu Sona Und dann jetzt nicht rechts über die Brücke gehen, Freundchen Sondern hier links rein Der Stamm braucht dich Genau so Wie man hört, hat sie tapfer gekämpft Hört man das also? Na, Frau Händler? Herr Händler? Geht's da hoch? Ja Also wahrscheinlich Und da der Wachtrom ist Komisch, dass wir das noch nie gesehen haben vorher Ja, was ist? Oh ja, cool War doch bestimmt auch schon vorher da Aber Hat man nicht gesehen Ich mache mir daraus selbst eine Waffe Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen Und du hast die Signalpfeile zu Ohren gebracht? Ja Ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss Hoffe ich auch Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind Vielen Dank für deine Hilfe Gern geschehen Waschbärhaut 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 Ähm, hier Ähm, hier Und zwar Ja Jawohl Haha Aber Kaninchenhaut auch Zack Das freut mich Was haben wir denn noch gekriegt? Das Grau habe ich Tertia Und fallen und tränke Ach, den Eiswiderstand trank 90 Sekunden Notizbuch Hatten wir die noch nicht? Schauen wir den Fluss durchs Fenster Aha, okay Ah ja, das hat man schon geholt Stell die Stromversorgung Achso, altes Waffenlager Er sammelt drei Energiezellen Ist ja klar Oh, hier gehts wieder runter Oh, die Hände Hahaha Die haben jetzt keine Haut mehr Wie siehts denn aus mit den Quests? Ja, das mit dem Panorama, das nervt mich ein bisschen Und auch das mit dieser Metallblume hier unten Hm Hm Aber da war nichts Panorama Ach Das machen wir später Aber trotzdem Quests Wir sind jetzt Wo sind wir jetzt, Eli? Wir sind da Und gehen wir auf jeden Fall hier oben lang Und da Treffen wir auf eine Metallblume Jawohl Du wirst mir sicher noch nützlich sein Da ist eine Metallblume Wenn da jetzt Wieder das Sägezahn kommt Naja Kommt kein Sägezahn Ach, das war Holz, ne? Was sind wir denn? Da Und da müssen wir lang Ach, Panzerwanderer Halt, da war noch was Ein Herz oder eine Linse Da gab's Ah Oh, 30, cool Krabbelt herum wie eine Spinne mit einem Behälter auf dem Rücken Was da wohl schön ist? Hm Das sollte hilfreich sein Das sollte hilfreich sein Das sollte hilfreich sein Oh Mist Oh Mist Da hat's mich etwas mit erwischt Wir brauchen glaube ich ein Herz oder Oder eine Linse Hm Um die Um diese Ausrüstungsteil zu kaufen Na gut Was haben wir denn hier? Ein Gras Was ist denn das für eine Hütte? Sieht aber Toll aus Hm Heilung Da geht's lang Oh, was haben wir da? Äh, das ist doch ein Sägezahn, genau Ja, lassen wir den mal Sägezahn Sägezahn sein Und gehen mal in Richtung Was haben wir da hinten? Oh, alles voll Breitkopf, was ist denn hier? Was machen die denn da? Was sind denn die? Hä? Wo waren die Krieger? Hä? Alte Tromm Das könnte die Komisch Jetzt sind die Krieger auf einmal weg Ach ne, hier müssen die Was auch geschieht Ich werde neben meiner Mutter in den Hügelgräbern bestattet Die stehen hier Tja, zumindest frierst du nicht in diesem Aufzug Wo ist jetzt der da? Mann, was ist denn hier los? Das sind die Panzerwanderer Breitkopf Ist ja alles hier da Alles was Rang und Namen hat Das ist was Das ist was Halte Trommel Pssst, 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 pssst Ja Wo sind jetzt die alten Trümmer? Ach quatsch, die Blume da Da geht's irgendwo lang Oh, da ist was Wo geht's da lang? Hm hm, da kann ich hoch Ja, da klettern wir dann mal hoch Erstmal gehen wir zu der Blume Ja Ja, ne? Aus dem Geist einer einzigen langen Rebe erwachsen 100 Anfänge Auf ihre Art Auf ihre Art, ja Wo wollten wir da? Wollen wir jetzt mal hoch Achso, hier kann man sich da nur abseilen oder was? Hm Das ist natürlich, ja Na so gut Boah 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 Ja, der kommt ja nicht hoch Aha Okay, ich verstehe. Oh, jetzt habe ich die umgebracht. Westficher. Wer? Komm nur her, hier. Da scheint wieder ein Panzer zu sein. Tja, da stehe wieder auf. Das klingt wieder wie ein Sägezahn. Das nehme ich mit. Das ist ein Breitkopf. Den könnte ich mal überwältigen. Oh, hier sind mehrere von der Sorte. Ja, ihr seht mich doch nicht. Komm. Guck weg. Mist. Ja. Ja. Natürlich. Na, wo bist der? Weg. Oh ja, hauen sie sich wieder. Krass, also das ist hier ganz schön viel. Das kann ich weg machen. Was ist hier unten? Da gucken wir uns mal um, was da ist. Wo geht's lang? Da geht's hoch. Eine Siedlung. Ja, ich mag grad nicht. Ich muss hier die Siedlung erkunden. Und ein Lagerfeuer haben wir entdeckt. Eine Jägersiedlung. Speichern. Und ich glaub, wir speichern gleich nochmal. Und danach werden wir die Jägersiedlung erkunden. Und sehen uns gleich wieder bei Horizon Zero Dawn.